Arbeiter! Aufgrund einer Maschinenfehlfunktion müssen wir kurzfristig die Produktion unterbrechen, bis das Problem gelöst ist. Wer beim Klang der Pfeife nicht wieder hier ist, wird erschossen! Die Arbeiter zu seiner rechten und linken mit ihm! Milo, Milo, ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst herausfinden. Okay, schnell! Ich bin im Block wie... Das macht keine Forderung. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Pompate. William J. Blazkowitsch, sei vorsichtig da draußen. Jetzt auch die sich grünen dürfen. Rote Tor, Gefangene! Das hier nicht. Das ist das Tor nach draußen. Aber von Orden wie diesem gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Ach du Scheiße. Ja. Da hinten über Rumpeln und rausrennen. Wenn du das Messer siehst, Ich möchte mich noch ein bisschen umsehen. So schön hier. Ironie, Sarkasmus. Ich will natürlich alle Teile des Spiels zeigen. Das ist es nur. Aua. Das war aber klar. Glück hier. Alter. Am Arsch. Alter. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hören Sie. Hören Sie. Sie. Haben Sie meine Tochter gestehen? Seth Roth. Sieh dir den Riesen an. So viele Muskeln. Wie für den Kampf geschaffen. Sind Sie Seth Roth? Ich weiß nicht warum, aber Sie wissen, dass ich Seth Roth bin. Sie sind ein Dirty Shoot. Die Quelle der Technologien des Regimes. Ich bin hier, um Sie zu retten. Sie sind hier, um mich zu retten. Das ist wundervoll. Er will mich retten. Ach so. Dann retten Sie ihn und gehen Sie wieder, Riese. Und verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Ich habe geschworen, die Geheimnisse der Dirty Shoot nie zu verraten. Scheiß auf Ihren Spur. Menschen sterben. Der Widerstand braucht Sie. Also eine Art Handel. Meine persönliche Freiheit für die Geheimnisse, die ich zu hüten geschworen habe. Ich opfere meine Ehre auf dem Altar der Gerechtigkeit. Nun geben Sie mir einen Moment Bedenkzeit, Riese. Guten Abend, Gefangene. Hier spricht Lager in der Torin. Hier ist mein Vorschlag. Erst helfen Sie mir, dieses Lager zu schließen. Dann werde ich Ihnen und Ihren Kameraden wahre Macht zeigen. Abgemacht. Ich habe da an etwas gearbeitet. Diese Maschine hat die Technologie der Dirty Shoot angetrieben. Ich kenne Sie sehr gut. Nun hiermit... Oh, cool. Nicht so hinstarren. Hiermit kann ich diese Maschine steuern, die Tore befreien und alle gefangenen befreien. Es fehlt nur ein einziges Teil. Das wäre die Energiekitzel. Also die Maschine, das heißt ihre elektrischen Systeme, laufen mit einer detonischen Batterie. Sie finden sie in der Reparaturbergstatt im Kommandogebäude. Es liegt in einem anderen Block, Block 6. Schalten Sie die Sicherheitssysteme an den Ausgängen aus. Dann können Sie es zu Block 6 schaffen. Block 6, da war man einfach nicht der Welt. In den Wachunterkünften gibt es eine Steuereinheit. Sie kontrolliert die Sicherheitssysteme. Finden Sie einen Weg hinein. Lokalisieren Sie die Steuereinheit. Schalten Sie die Systeme aus und kehren Sie zurück. Vielleicht können wir einen Stein werfen. Sie sind ein kräftiger Mann und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe Sie mit Sett sprechen sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die Sie das Messer nennen. Er ist unberechenbar. Er holt Gefangenen zu sich und foltert sie. Danke für die Info. Was für ein Gestank hier drin. Ich habe selbstverständlich keine Waffen. Ich habe hier irgendetwas, was wir als Waffen benutzen können. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich habe mich voll Gott. Ich habe mich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Da denkt man, man wüsste wie ein Insek denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefällt. Insekts. Ich habe den Wied hier. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich bin glaubt. Let's have to leave here. Das ist groß im Wied. Wir haben einen Messer. Wir werden gleich. Wir werden nicht verbrannt. Das lief ja nicht so gut. Ja, was der Folter erwacht ist natürlich ein bisschen. Naja. Ist man natürlich geschwächt. Wir wünschen da, wo wir uns nicht entdecken. Ich kann mal einfach abbauen. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh scheiße Was machen wir gegen Huhnchen? Die Rüstung Da wird noch wer gefoltert Ich mache meine Golds Ich mache meine Golds Ich mache meine Golds In sein Gesicht Der Dreckige Bastard Wie schalten wir den jetzt aus? Da wird das Blut aufgefangen Ich habe absolut nichts tun Verdammt, was können wir gegen ihn tun? Ich füchte, dass sie viel ist Ich füchte, dass sie viel ist Da kommt gleich der große Bosskampf Das ist eine Falle und wir haben gleich Ich habe ihn getötet Ich habe ihn nicht mehr Ich habe ihn nicht mehr Ich habe ihn nicht mehr Aber noch sicherheitssysteme ausgeschaltet finden auf respekt und bei mir das set schnell was zu spät ist bevor es auffällt, dass die Türen offen stehen meine Fresse es fällt auch auf die Türen offen stehen das sind schon Idioten hier, aber das wird irgendwann auffallen jetzt komm erledigt die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet aber nicht mehr lange zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen wo das Kommando-Gebäude liegt schleichen Sie rein und holen Sie die der Tronische Batterie bitte beeilen Sie sich der Tronische Batterie ok ich wünsche Ihnen Glück was meinen Sie viel Glück bestimmt wieder Roboter die wir jetzt mit einem Messer besiegen müssen wenn er bloß ein Messer ich komme zum riesigen riesigen Roboter und der Hund auf uns zu ich habe es keine Todes das sind wir das Kommando-Gebäude ich kann natürlich nicht einfach mit dem Hof laufen die Batterie muss hier irgendwas sein was ist hier kommt rein ganz still und leise wenn ein Alarm schlägt, dann haben wir hier ein Problem aber ein echtes ach du scheiße den letzten brauch ich noch nicht natürlich, da fick ich Geräusche mitgerund ja, oder irgendwo eine Pistole oder, hatte ich keine einzige Pistole jetzt können wir es durchschleichen den hat nichts bekommen sehr gut sehr gut ach du scheiße der kommt mir auch bekannt vor der Nachtzug meine Güte, du hast recht seinem Abzeichen nach ist er Amerikaner und Anarchisten ein Amerikaner gut sofortige Liquidierung von ihm und allen Insasten von Block 4 das sollte eine eindrückliche Warnung sein für all die Schweine die an einen Aufstand gedacht haben alarmieren Sie Herrn Faust dabei muss ich nicht so sehen, oder? der Gestand dieses Ortes ja, das war was hast du dir dabei gedacht? das war schlecht das war schlecht ach du Kacke die Batterie die Batterie haben Sie sie ja scheiße was ist jetzt auch komm schon hoch hoch oh oh jetzt einsetzen ich ziehe ein ich ziehe ein nice Kopf abreißen ich dachte Kopf abreißen oh Gott dann hat sie sie ich äh ich bräuchte mal hier den Roboter anc 번 を spared nein kann wir können lernen den Im zweiten Teil. Das Hauptbürgerwicht. Im zweiten Teil. Wir gehen ins Lager, öffnen die Garage, dann klauen wir ein Fahrzeug und durchbrechen die Tore. Los! Yes! Freien wir das KZ. Was ist das? Oh scheiße. Jetzt könnt ihr besser laufen. Im Turm sind welche. Ja, das kenne ich. Da ist den jetzt früher gebraucht. Was war hier denn hier? Kleine Männchen hier. Herr Blaschowitsch, stellst du mich auf dem Dach ab. Ich gehe in die Garage und öffne die Tore. Abgesetzt. Sicherere die Flucht. Was die da ist zum Arsch. Ich öffne jetzt die Tore, Herr Blaschowitsch. Wie soll ich da reinkommen? Beschützen Sie Sie, Herr Blaschowitsch. Das ist der Plan. Das sind doch nur drei, vier. Das ist doch eine Hand voll Leute. Noch lange nicht alle. Wir müssen natürlich auch hier nachladen. Alle retten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Alle retten. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich bin noch nicht losgefahren. Ich bin noch nicht losgefahren. Ich weiß nicht, ob das für mich. Alles ist nimmlich. Schnell, kommen Sie, Silke. Wir müssen losgehen. Ohne Roboter. Na, das ist wichtig. Das kann ja was werden. Ach, ja. Ohne Roboter. Munition das wird ja eine wahnsinnige Flucht das war sowas von klar und auch das war klar ist da richtig sterben ich mache sonst keine Komplimente aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer affelartigen Physis unterschätzt man hört sich leider schlecht die Dati Shud sind eine uralte mystische Gruppierung über Jahrtausende war absolute Geheimhaltung unser oberstes Gebot was wollen sie tun beten nein, nein, mein Kind wir beten nicht wir erfinden Dinge verstehen Sie? die Technologie die die Dati Shud entwickelt haben ist allem was sie jemals gesehen oder sich vorstellen können um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Ähnen das Regime hat unser Versteck gefunden unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen alles was sie erreicht haben einfach alles basiert auf unserem Wissen aber es gibt nicht nur ein Versteck wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt hunderte manche klein und provisorisch wie das vom Regime entdeckte andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen unglaublichen Erfindungen Dinge die ihnen wie Magie vorkommen würden nun ich kann sie an einen solchen Ort führen aber es wird nicht leicht was brauchen wir? das Versteck das ich meine Leicht war es hier noch nie wir brauchen ein U-Boot das extrem tief tauchen kann das ist alles ach scheiße aber wir können doch nicht einfach so los gehen und ein gottverdammtes U-Boot klauen oder? ich weiß wo wir ein Tier bekommen aber damit es klappt und das Ding hier funktionieren legen sie das hin Madame ich bin ein Ingenieur der Darty schult sowas kann ich im Schlaf gut wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen ich werde die Details für sie notieren das soll ein U-Boot sein das soll ein Mensch reinpassen oh Herr Blazkowitsch ich bräuchte noch ein Schweißgerät bitte ja ich frage mich was ihre Organisation eigentlich genau getan hat ging es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen ja natürlich an sowas glauben wir nicht Mädchen wir glauben an Gott die Dartyschut folgen einer Philosophie einem Weg Gott durch Wissen zu verstehen sie beruht auf reiner Vernunft reinem rationalen Denken das ist kein übernatürlicher Quatsch all die Dinge die sie erschufen wozu waren die ursprünglich gedacht? sie verstehen das nicht Mädchen es gab bei uns weder einen Zweck noch eine Absicht abgesehen vom Akt des Erschaffens wir halten Zwiesprache mit Gott verstehen sie? ich komm nicht mehr mit weiter weiter Mädchen und jede gelöste Gleichung bringt sie Gott näher ja aber hatten die Maschinen denn gar keinen Zweck? der Akt des Erschaffens an sich ist der Zweck so ist es Mädchen ja jaja 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 Vielen Dank.